Ich möchte jetzt in diesem Film einmal Benzol zeichnen und verschiedene Darstellungen zeigen, die es gibt. Dazu wähle ich also wieder das Zeichenwerkzeug und den Kohlenstoff an. Das Ganze ist etwas klein, also vergrößern wir es mal. Und ich zeichne jetzt zunächst mal sechs... Habe ich das richtig aktiviert? Ja, manchmal klappt es nicht so gut, wenn Atome irgendwie zu weit im Hintergrund sind. Dann muss man das Ganze ein bisschen drehen und dann klappt es irgendwie dann doch wieder. Drei, vier, fünf und sechs Kohlenstoffatome. Die muss ich jetzt noch zu einem Ring verbinden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich mache das Ganze folgendermaßen. Und zwar ziehe ich von einem beliebigen Atom, also beziehungsweise mit einem beliebig ausgewählten Atom, von dem Anfangs zu dem Endatom, zwischen dem ich die Bindung, also die Ringbildung dann haben will. Das heißt, ich muss von dem hier zu dem da drüben ziehen. So wichtig ist, das rastet quasi ein und man sieht, dass die Anzahl der Wasserstoffatome sich jetzt schon angepasst hat. Natürlich stimmt das so nicht. Ich lasse es deshalb mal optimieren. Und man sieht, dass sich dann hier ein Ring ausbildet. Momentan habe ich hier eine seltsame Konformation. Das Ganze ändert sich ein bisschen, wenn ich eine andere Kraftfeldvariante einstelle. Da sieht man eben die Unterschiede. Das hat ja wohl was mit Berechnungen zu tun. Und für den Fall, dass ich hier mit Sechsecken arbeiten will, kann ich natürlich auch mir das Ganze zurechtdrücken. So habe ich jetzt die Wannenkonformation bei diesem Sechseck. Und wenn ich will, muss ich halt zum Beispiel das Ganze nach unten schieben, damit ich die Sesselkonformation habe. Nun will ich aber kein Sechseck, kein Zyklohexan, sondern Benzol haben für die Doppelbindung. Das hatte ich ja schon im ersten Film gezeigt. Nehme ich einfach das Zeichenwerkzeug mit einem beliebigen Atom und klicke dann die Bindung an, die doppelt sein soll. Dadurch, dass ich jetzt noch die Optimierung nebenbei laufen habe, wird also gleich mein Ring so angepasst, dass er also richtig liegt, dass die Atome im richtigen Winkel zueinander sind. Und ich habe dann tatsächlich auch meinen flachen Benzolring mit den drei Doppelbindungen drin. Sowas wie Mesomerik-Grenzstrukturen, sowas wird hier eben natürlich nicht gezeigt. Ich halte mal das Optimieren an. Mir geht es jetzt ja noch um Darstellungsarten. Und zwar habe ich hier in diesem Fenster ja verschiedene Darstellungsarten. Ich denke, das Wichtigste ist, einfach mal auszuprobieren. Eins möchte ich auf jeden Fall mal vorstellen. Was man sicherlich häufiger braucht, ist so eine Art Darstellung wie ein Kalottenmodell. Und das findet man hier bei den Darstellungsarten unter Van der Waals Radien. Und man kann jedes dieser Darstellungsarten hier, das hinten dran so ein Schraubenschlüssel oder Schlüsselwerkzeug enthält, irgendwie einstellen. Dann gibt es ein zusätzliches Fenster. In diesem Fall kann ich also hier die Transparenz der Oberfläche ändern, sodass ich zum Beispiel das Molekül drin sehe. Und da gibt es noch weitere Einstellungsarten, je nachdem, wie ich es gerne möchte. So, neben dieser Darstellung mit den Van der Waals Radien gibt es eben noch einige andere. Das Kugelstabmodell, was ich jetzt hier standardmäßig ausgewählt habe, auch das bietet Einstellungsarten, wie zum Beispiel, dass ich den Radius der Atome einstelle. Hier kann ich so etwas Ähnliches wie ein Kalottenmodell quasi anzeigen. Den Bindungsradius, sprich die Dicke der Bindung kann ich einstellen. Und auch hier Doppelbindung oder Mehrfachbindung anzeigen. Komischerweise geht es jetzt gerade nicht. Ah, jetzt. Und wenn ich das angewählt habe, dann werden Doppel- oder Dreifachbindungen auch als solche angezeichnet. Ja, es gibt noch andere Sachen, wie zum Beispiel dieses einfache Drahtgitter. Einfach mal ausprobieren, was es hier so an Darstellungen gibt. Und gucken, wie man sich das Ganze einstellen möchte. Und dann, wie man sich das Ganze einstellen möchte.